Warum lachst du? Wieso lachst du? Jo was geht ab Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal. Ja Leute, heute mit dabei ist der FIPS. Jo was geht ab? Heute werden wir ein Video machen, das heißt wer würde er? Wir stellen uns gegenseitig fünf Fragen und ja, fangen wir an. Würdest du eher die wahre Liebe finden oder 10 Millionen Euro bekommen? 10 Millionen Euro finden. Okay. Also ich würde lieber die wahre Liebe finden, die ich schon gefunden habe. Würdest du eher einen besten Freund aufgeben oder deine Freundin? Das ist schwierig. Also ich würde meinen besten Freund nehmen, weil man findet nur einmal im Leben seinen besten Freund und also. Nächste Frage. Würdest du eher nie wieder Schokolade essen oder im Nachnamen Hitler heißen? Nie wieder Schokolade. Essen. 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 Wieso nicht? Wieso nicht Hitler heißen? Dann kann ich ja gleich Chips essen, aber das ist besser. Nächste Frage. Würdest du eher reich oder schlau sein? Ich bin schlau. Also brauche ich nur reich sein. Ah. Nein, ich würde eher schlauer sein. Als reich. Äh. Schlauer sein. Schlau bist du aber nicht. Halt die Kausche. Schlau. Die Frage ist jetzt wirklich, weil der Fips macht jetzt seit 1,5 Jahr YouTube und ich mache es schon seit 4 Jahren YouTube. Und die Frage die, würdest du eher keine Freunde haben oder kein Internet haben? Hm. Eine Stunde später. Es ist schon schwierig, weil er ist ein richtiger Internetmensch, obwohl Freunde auch wichtig sind. Also für mich wäre es eindeutig. Ich habe eher kein Internet. Würdest du eher Rolex oder Gucci kaufen? Rolex. Rolex, okay. Ja, weil ich trage extrem keine Uhren und Gucci hat keine Uhren. Doch. Echt? Gucci hat Uhren? Ja, für meine ab 700 Euro. Nein, ich würde mir Rolex kaufen. Keine Ahnung. Ich finde Rolex edler. Der Fips hat eure Freundin. Und jetzt kommt eine Frage zwischen eurer Beziehung und der Art. Würdest du eher einen Partner haben, der dich betrügt oder deinen Partner betrügen? Gar nichts. Da kann ich gar nichts sagen. Ist so. Das ist beides scheiße. Ja. Also nichts. Okay, passt. Würdest du eher dir nie wieder die Haare schneiden oder nie wieder die Haarfarbe ändern? Nie wieder die Haarfarbe ändern? Hm. Ich habe mir viermal die Haare gefärbt. Immer grau. Und keine Ahnung. Nichts besonderes. Alle Farben. Würdest du eher alle anderen töten, um dich zu retten? Oder dich selbst töten, um alle anderen zu retten? Kommt drauf an für wen. Wenn es so ein Spaß ist, dann würde ich mein Leben retten. Aber wenn es meine Freundin wäre oder deine Familie auch, dann würde ich mich töten. Das ist für mich die letzte Frage. Jetzt kommt noch Fips eine letzte Frage. Würdest du eher nie wieder ernst sein oder nie wieder lachen können? Boah. Nie wieder ernst sein. Keine Ahnung. Ich finde das Lachen eine der wichtigsten Sachen im Leben ist. Und keine Ahnung. Ich finde Lachen ist aber das Beste. Ja. So Leute. Das war's jetzt mit dem Video. Schaut es unten in der Videobeschreibung. Da ist Fips ein Kanal drinnen. Und ja. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Gönnt euch ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Und der Fips hat das letzte Wort. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.